ja hallöchen lieben leute von heute herzlich willkommen willkommen zur nächsten folge von god of war natürlich von diablo 2 resurrected und wir werden es wirklich tatsächlich machen leute ich will aber wirklich das kann nicht sein dass ich dann nirgends den irgendwie beschwören kann wo gibt es da jemanden bei dem ich das mehschiff servus ich steuere die häfen des zwillingsmeeres an und gelegentlich königshafen im westmark aber in letzter zeit bin ich nicht gesegelt der ihn hat mir befohlen für notfälle hier verankert zu bleiben ja servus ja ja ist egal jetzt da gibt es ja auch nichts die hat auch nichts ich will nämlich endlich einmal mit also so eine ding haben so eine kämpferin auf meiner seite geht das abglut kolle nicht mehr deckert gehen sieben gräber erzähl mir horre drin starb die verschollene wurde das hatten wir schon die sieben gräber diablo nähert sich seinem ziel wir dürfen keine zeit vergeuden vergesst nicht mein freund dass sich an dariel freiwillig diablos sache angeschlossen hat wir können davon ausgehen dass auch die anderen übel versuchen werden ihre meister zu helfen ja das kann sein leute wo ist denn da jemand leute ich kann reparieren sowieso auch nichts handeln auch nicht leute ich gebe das einmal rüber da fehlt mir nämlich so was da haben was ist mir zu viel so ihr lieben ja leider gottes ist da irgendwie kreiz leute ich wette ihr fragt euch wie diese stadt bei allem was in der wüste vor sich geht sicher bleiben kann ich kann euch versichern dass es nichts mit den stadtwachen zu tun hat die sind aus irgendeinem grund alle im palast jerryn hat mich und meine söldner angeholt um hier für ordnung zu sorgen wir sind nicht billig aber dafür die besten die diese wüste zu bieten hat da haben wir den jawohl kyoko wiederbeleben kann man da wie 9 auch anheuern natürlich rasan passt leute wir haben einen neuen kämpfer der besser ist so das wollte ich eigentlich leute und jetzt das gemetzel in der wüste oh mein gott die felsige öde leute 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 bist du narrisch du soldaten so na bitte ihr lieben also das geglopfen in der wüste ist echt nicht ohne wenn ich ehrlich sein darf so da haben wir heiltränke da haben wir eine axt das ist ein leute die ist schlechter leute die dumm soldaten also die hauen wirklich rein ich bin überladen ich bin überladen gehen wir mal den rand da komplett ab aber es hackt gerade oh mein gott oh steingrab wir haben steingrab da ich muss mich mal auffallen leute so da haben wir 24 nö leute das zahlt sich aber leute schaut mal identifikation plus 10 erlittenen schaden plus 10 prozent erlittenen schaden es geht auf mana nö leute ich weiß nicht leute boah passt wisst ihr was wir gehen zum steingrab rein keine ahnung was da los ist beim steingrab neues level na bitte aufgepasst hier ich bin überladen ich bin überladen ich weiß nicht wie die ist 4 bis 11 und da haben wir 4 bis 11 nö leute die kann ich alle beide rausgeben so gut leute ich bin neues level stufe 17 geschicklichkeit vitalität oder stärke ich würde mal sagen vitalität gehen wir mal komplett drauf und jetzt schau mal ähm ähm skelette schau doch mal nächste stufe leben 58 angriffswert ist verbessert meine skelette sind besser nachher dann super ähm ähm wir schauen wir mal da komplett das ist so ein großes grab leute einfacher schuppenpanzer aber der ist sicher viel wert leute der ist sicher viel wert was ich zum beispiel beim vierten teil richtig mega finde ist dass es wirklich so abgeschlossen werden kann so sind die ganzen gräber und keller und so weiter dass man die wirklich ähm leichter heiltrank zestus ich bin überladen leute zestus was ist ein zestus ah nur assassine leute also dass man wirklich die gräber und die keller abschließen kann im vierten teil und dass man da wirklich gute äh erfahrungspunkte draus bekommen kann es ist so richtig cool also gewisse sachen leute leute lasst mich doch durch boah da ist viel lädierter diamant oh gott oh gott ah warum gehts hier davor ihr seid einfach wirklich lebe oh mein gott tschüss 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 was sind wir da ruhe mit gold hallo sehr gut ähm da ist nichts mehr so mal schauen dass ich mich da rauf heile mein gürtel ist fast leer oh geh mal in die ebene 2 ja wie viel ebenen hat diese steingrab ihr habt da keine ahnung leute ich weiß es ehrlich nicht so skelette dass ich wieder 3 habe so steingrab ebene 2 oh mein gott ja stärke die nimmt wirklich zu leute ich bin mal dran äh nö truhe was ist da oben eigentlich los wartet mal kurz ne leute so gehen wir da mal rein schlüssel ich bin mal dran kann man nicht mehr aufnehmen rief doch mal rief doch mal rief doch nö nö ich weiß nicht kleiner schild scherpe nö da oben geht es nicht weiter 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 hey ich weiß nicht ob dahin was drin ist doch gold aha fehlerhafter wenn der fehlerhaft ist nehme ich ihm sicher nicht mit mhm mhm oh mein gott krischarm oh mein gott weg 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 oh 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 verfallener warte zurück ah ich bin tot ah Leute ach du Schande jetzt muss ich wieder laufen jetzt muss ich wieder laufen na toll ach schade es ist schon ewig her dass ich das letzte mal gestorben bin ich will rein und nicht wieder raus so eine Schande Leute so eine Schande Leute so ich muss noch mal jetzt habe ich meine Sachen nehme ich wieder ein Stein Golem oh mein Moment mal kurz so ähm gut oh wartet mal ganz kurz da ist ja dieses riecharm der hat mir das Leben gekostet Leute oh Leute so so wie schaut es aus leichter Heiltrank da haben wir mal Gold Junge ähm leichter man ich bin überladen Kompositbogen ja wurscht jetzt der ist einmal vernichtet dieser Kriecharm oh mein Gott gut äh die Leite sind schon wieder kaputt Leute die Skelette sind schon wieder kaputt ne super ich kann nicht noch mehr tragen ja so ist ja wurscht jetzt da kriege keine Leichen mehr raus oder ist da was nö äh diese Grabdinger da also das ist wirklich ein Wahnsinn boah was hier so ich muss mich mal auffallen Leute so zurück 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 ähm so der ist einmal tot Leute Mana Trank auffüllen Leute zurück 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 boah das ist ja heftig diese Grabkammer moai Leute die ist super äh leichter Heiltrank äh passt aufheben sehr gut hm hm sehr na bitte ja es geht geht es geht 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 oh mein Gott oh mein Gott sind da drinnen auch diese Dungsoldaten oh mein Gott da ist eine heilige oh wah leichter Kompass ich bin überlassen Sittbogen Rondare Rondare was ist eine Rondare Leute äh ah nur Paladin Rondare ist auch Erstickungsgast diese Axt nehmen wir mal rein was kann die 4 bis 11 ähm nö bringt sich gar nichts Leute so na bitte so wie schaut es aus mit der oh die ist auch gleich vorbei die Aufnahme so da na bitte sind wir fertig Leute wir sind fertig mit diesen Dungeons oder was natürlich sind wir fertig äh äh ok ja da gibt es jetzt nichts mehr Leute gehen wir wieder raus jetzt aber raus hier jetzt aber raus hier jetzt aber raus hier ach du Schande so äh lalalala 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 hä ach so da geht es raus so felsigen Öde da sind wir wieder so mal aufteilen hier boah ist nicht ohne hier so mal da unten noch irgendeine Kiste oder so ach schau doch mal da geht es rein gold ach du Schande ich brauche wirklich viele Heiltränke so wie viel habe ich hier oh wieder über 1000 äh skelettisch webeeren zack 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 na komm doch wie nah muss man denn da dran stehen äh da ist was oh so mal da runter schau doch mal da geht es ja die verdorrten Hügel nein da gehe ich noch nicht hin oh meine Gott da gehe ich noch nicht hin Leute so da dann haben wir da drüben so ihr Lieben ich werde aber kurz zurückreisen werden wir da auch einiges seborgen äh besorgen und zwar ich weiß nicht wie schaut es mit den Heiltrinken eigentlich aus ähm sollte ich eigentlich wieder nachfühlen ja ich muss wirklich meine Kiste einmal wirklich endlich einmal weg geben Leute guten Abend servas du reparierst mir mal die ganzen Sachen danke dann nimmst du das alles so das da das da das da dann zahle ich nö ich zahle in die Kiste in die Kiste einzahlen fast 75.000 Leute so ja dann sind wir mit der Folge durch ja es geht weiter in der felsigen Öde in der nächsten Folge ihr lieben Leute dann sage ich vielen vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt mir treu lasst mir ein Abo da wenn du noch nicht abonniert hast ja likes auf jeden Fall Däumchen nach oben das wäre wirklich schön game over bis zum nächsten Mal euer Horsti ciao